Wir haben gestern, vorgestern, haben wir wieder gefeiert, bis früh um halb fünf Uhr, haben wir gegrillt, gegrillt. Ja, der Jürgen ist ja Grillmaster. Der Jürgen ist Master auf Ding, Grill, Prüfung, alles bestanden, Kurse, jaja. Allein das Bullet Pork, das Bullet vom Jürgen, das ist wie Puffreis im Wind, das schnaufst du weg, das musst du gar nicht kauen, du schnaufst es nicht. Aber der Jürgen hat eins zugegeben, ohne WLAN täte er das alles nicht hinbringen. Doch, der Fühler ist in jedem Fleisch, so WLAN-Blutsußfühler, das ist ja oft drei Wochen im Sud, da guckt er alles vorbei und wenn er nicht kann, dann hat er die App. Und der kennt halt auch jedes Tier persönlich. Doch, der geht auf die Weide von seinem Bauer und dann, der redet mit dem Tier. Dann hat er gesagt, wenn du das Rind erlebt hast, wie das aufgewachsen ist und drei Jahre später siehst du auf der App, die Lände ist durch, da geht dir das Herz auf. ... ... Vielen Dank.